Ich bekomme mal eure Wachen weg. Wer rennt denn da ohne Fahrzeug und die Straße? Der ist jetzt vorne, ist ein Diesel. Nein, nicht mehr. Geh, ich komm doch auch noch gerade. Okay, das dürfen wir wohl nur zwei Plätze. Ja, aber war das nicht schon in OFP so? Keine Ahnung, nie ausprobiert. Ich meine schon mal auf so einem Flugzeug gesessen zu haben. So, dann machen wir doch mal ne kleine lustige Tour. Wir müssen eigentlich auch Pistolen halten. Das wäre so geil mit dem... Genau. Mit dem aus Fahrzeugen schießen, das ist ein VBS. Wir sind verfolgt Freshman, gib Gas! Oh, ich bin voll da. Oh, ich bin voll da. Na. Ach, nö. Das ist doch mal ein A-Team drin. Ich hab ein Seil im Gesicht. Ich hab ein Seil im Gesicht. Wie wird er nach hinten durch Seil gedrückt? Na, wir gehen zurück. Ey. Hier ist die Landebahn zu Ende. Die Startbahn. Ha-A-App. Wie ist das? Wie ist der? War, hat er überlebt. Ja. Willst du im Vorbeiflug noch aufspringen? Göhnt. Hat er denn gest истории der Mann? Wann ich habe das, coi? Was für den Weg ist? Ja. Was für den Weg ist der Mann? Wann? Okay, wer ist das? Ach, ich bin weg ist. Warte, 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 warte! Ja, das klappt, das klappt, das klappt! Danke! Tiefer! Nee, tiefer, erst kann ich einsteigen! Ja, bis zu langsam, bis zu langsam, vielleicht nur das... Na, ich werd grad mal was versuchen, ich glaub das Ding hat nicht genug Power für sowas. Ah, I see what you did, Sam! Das schaff ich! Ja, da hat nicht viel Klaareten, das ist mit so'n Bokko-Dex. Das ist ein Redner-Bruck möglich. Da brauchst du ein bisschen Wind. Ja? Los rollen, Freshman, jetzt steig ich an. Ah! Ja, drückt mir der. Ah! Ich glaub ich muss mal an der anderen Seite versuchen. Ich steig endlich ein! Ich krieg die Aktion nicht! Was hast denn du da für ne Gurke? Noch ein bisschen langsamer, dann kann ich vor allem eine Bresche. Ich versuch's! Ich krieg die Aktion nicht! Bei Bremsen geht nicht! Oh, nö! Aaaaah, Foss! Was hast du jetzt? Wo ist das halt? Aber ich glaub wir haben gewonnen! Ah, das war der Richtige! Nein, ich bin der Falsche! Ah nein, Scruffy lebt noch! Oh! Officer Freshman hat einen Zivilisten erschossen! Ja, natürlich! Wollen wir da nicht entgehen! Wir müssen über das Pistole spielen! Ich finde, Scruffy, du killst jetzt ein paar Leute und wir jagen dich! Oh ja! Achso, hier... Nein, er ist auf der Karte! Andy, warum... Warum hast du eigentlich... Warum hast du mich eigentlich mit einer Slug beschossen? Weil ich nichts mehr hatte! Ah, aber... Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte keine... Keine Slug, dann hat dann die... Aber... Das macht weh! Wir sind alle in der anderen gesport! Es gibt keinen Grund, warum wir mal die Slug und Slug schlafen... Nene, wir kriegen darüber eine Nachricht! Frotheben! Wir werden alle sterben! Dann geht die Uhr! Aaaaaah! Ist er... Toll! Das sind nur 2-Sitzer... Also, das ist ein Tempting, da ja.